bevor ihr euch jetzt gleich dieses let's play anschauen könnt hier noch mal ein kleiner kurzer disclaimer es kann sehr gut sein dass in diesem let's play an der ein oder anderen frustrierenden stelle schimpfworte fallen und ja teilweise wird es bestimmt dann auch manchmal unter der gürtellinie landen aber ich möchte auf jeden fall dass ihr im hinterkopf behaltet alles was gesagt wird wenn was gesagt wird ist auf jeden fall nicht ernst zu nehmen das war einfach in dem moment dann eine frustsituation und dem frust habe ich dann einfach freien lauf gelassen und als dieses am besten auch einfach abstempeln nicht zu ernst nehmen und einfach mit mir mit fiebern und auf das beste hoffen so ich wünsche euch jetzt viel spaß so warte mal von da kamen wir ja so wir sind auf jeden fall einmal hier lang gegangen und genau da waren ja die spaß die kinder da oh man die werden uns jetzt so hart töten so Okay. Ich hab echt gedacht, dass das wird schlimmer. Hier wird nicht geschrien, Mann. Estus Aschering. Okay. Krärendämonen Großsensor. Gucke ich mir gleich mal alles an. Ich habe die Befürchtung, hier kommt noch was. Naja, scheint aber nicht der Fall zu sein. Wow. Hat ja überhaupt nicht geleckt, wa? Erhöht die durch Estus Flakons regenerierten FP. Achso, für diesen blauen Estus Scheiß. Ja gut, aber nutze ich ja eh nicht. Und das andere war irgendeine Großsense, ne? Zumal Sense hier. Ey, Junge, die macht einfach so schon 304 Schaden. What the fuck? Krass, Mann. Okay. Ja, dann hätten wir hier alles durch. So, wir können jetzt also entweder nochmal diesen Heslon versuchen. Oder halt die andere Alde, ne? Mehr als plus 5 wird mit dem Ding wahrscheinlich nicht gehen, oder? Miefmung? Warte mal. Absorbierung. Blitz hat der 10,5. Da ist die auf jeden Fall eigentlich besser. Ja, das geht auf jeden Fall noch. Achso, ja, den Helm von denen hab ich ja nicht. Das wird jetzt auch noch gehen. Das wird auch noch gehen. Das wäre schon grenzwertig. Aber es geht noch. Ne, plus 5 ist max. Okay. Ja, ich kann mich daran erinnern, bei DS2 war es, glaube ich, dass du irgendwie bei dem Schmied, der ja tot ist, oben bei Anor Londo, dass du da irgendwie eine Umwandlung machen konntest und dann konntest du die, glaube ich, auch auf plus 10 upgraden. Aber es kann auch sein, dass es was anderes war. Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe, das ist jetzt clever, was ich mache. Ach, scheiße, der macht ja noch einen. Oh, lol. Er nimmt auf jeden Fall schon mal weniger Schaden. Oh, ja. Das war's für heute. Ah ja, gut. Außer bei dem, da nimmt er immer noch Schaden. Und zwar mehr als genug. Ja, genau. Danke. Dankeschön fürs wunderbare Nicht-Anwählen und Abwählen. Danke. Warum haut er noch ein drittes Mal zu? Oh. Alles klar. Alles klar. Oh. 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 Oh! Oh. 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 Das war's für heute. Wow, 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 beruhig dich Kleiner, beruhig dich Kleiner. Ja, geil, zwei Schläge, keiner hittet. Ja, geil, zwei Schläge, keiner hittet. Also keine Ahnung, ich finde eigentlich machen wir das echt gut. Aber das Spiel ist halt ein Bastardkind. Das Spiel ist einfach ein dreckiger Pistol. Das mal eben fix den Counter, beziehungsweise den Stream auf jeden Fall aufmachen. Ja, okay, viel noch hat keine Lust mehr. Ja. Ah, ich merke mir eben ein Tod mehr. Ja, oder falls du noch wach bist, Mifu einmal bitte draufdrücken. Weil mein WLAN gerade keine Lust mehr hat. Ja. 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 Ja, Junge, wie Victor, wie? Eeeh! Osw. Nix. Untertitelung des ZDF, 2020 Junge war Unsinn Junge war Unsinn Junge war Unsinn Oh Junge mein Internet hat echt keine Lust mehr Ich hab gleich auch keine Lust mehr dass es so weitergeht So Beide Tote eingetragen Mehr Robustheit weniger Resistenz bei dem Scheiß Ja ne das ist die schon besser Ist genau dasselbe Tempo Warte mal aber Stamina ne Stamina sollte ich vielleicht auch drauf gucken Ne verbraucht auch gleich viel Wir brauchen vielleicht alles mögliche Was nützlich sein könnte Haben wir nicht auch irgendwas gegen Blitz Wir probieren mal den Run mit dem Ring Hm Agir 50 40 40 40 41 41 41 42 42 Das war's. Ach, diesmal keinen dritten Angriff, oder was? Alles klar. Okay, scheinbar ist es egal, wo ich stehe, ich kriege trotzdem immer Damage. Okay, scheinbar ist es egal, was? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2018 Das war's. Oh, ich kann die Säule als Deckel benutzen, das ist gut. Oh, ich kann die Säule. 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 Ach, die Säule. Oh, ich kann 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 die Säule. Okay, also entweder der Gewittersturm. Oh, ich kann die Säule. 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 Oh, ich kann die Säule- Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach! Hier sind wir, ah, okay Ja, wobei eigentlich... Ja, dann hatten wir alles, glaube ich, in dem Gebiet jetzt durch Dann haben wir hier auf jeden Fall alles durch Das heißt, entweder könnten wir jetzt bei der Burg weitermachen Entweder bei der Burg Oder nochmal Ariandel Naja, wir können ja mal zur Ariandel gehen, ne? Dann bin ich, glaube ich, schon komplett dran vorbei Ja So, die macht ja eher so auf Boss-Tante, ne? Kälte Ja, da ist es auf jeden Fall Unschwer, äh, erraten zu gewesen Dass auf jeden Fall Havels Gamaschen besser sind Ja, Drachentäter-Gamaschen Da, Drachentäter-Gamaschen Sind aber auch nicht viel schlechter als die Dinger da Ja, da ist es, glaube ich, auch nicht viel schlechter als die Dinger da Das ist, glaube ich, auch nicht viel schlechter als die Dinger da Wo sind jetzt diese Drachen? Ach, da Okay, die haben auf jeden Fall mehr Gewicht Aber das kriegen wir auch noch hin Da sind wir dann leider ein bisschen drüber Da sind wir dann leider ein bisschen drüber Macht sich nicht viel Irgendwann sind wir mit dem Setup besser dran Erhöhnt die Ausdauer-Regeneration Ja, das machen wir mal Dann nehmen wir aber auf jeden Fall wieder unser Irritil-Schwert Okay, schauen wir mal Das ist, glaube ich. Das war's für heute. 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 Warum? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nein! Das war's für heute. 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 Geh an uns, wenn du in der Nacht hast, wie ich immer immer hatte. Irgendwo, dass die einfach das Wort Stamina anscheinend nicht in ihrem verfickten Sprachgebrauch haben dürften, ist ein Witz. Es ist einfach nur noch ein Witz. Da wird nicht viel mehr kommen, ne? Als das... Also, fer Was ist das? Ja komm Es ist ein Witz, dass die anderen unverwunschbar sind Ja da, warum darf sie da einen Hit machen? Warum? Ich habe eigentlich schon gar keinen Bock den Kampf überhaupt noch weiter zu machen Da habe ich echt überhaupt gar keinen Bock Ja. Ja. Oh, oh, oh. WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH